Mein Name ist Timo Schörtl und ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker bei Trumpf Laser in Schramberg. Vor ein paar Jahren hat mich mein Vater mit hierher zum Lasertest nach Schramberg mitgenommen, wo wir dann den grünen Laser im Himmel beobachtet haben. Und so kam ich dann auch auf die Firma Trumpf und auf die Faszination des Lasers. Besonders mutig war ich, als ich mein erstes Projekt leiten sollte. Hierbei durfte ich an einer Grundschule in Schramberg den Kindern spielerisch den elektrischen Strom näher bringen. Gerade bei diesem Projekt habe ich gemerkt, dass Trumpf 100% auf mich setzt, da dieses Projekt am Anfang nicht so einfach schien und die Ausbilder auch jederzeit hinter einem stehen und einem auch alleine die Projekte anvertrauen. Besonders macht es mit Kindern zu lernen, das Lernen durch Lehren. Das heißt, dass man sich zuerst nochmal tiefer in die Materie des Themas einarbeitet, um den Kindern danach das Thema spielerisch beibringen zu können. Und das Prägendste daran ist, wenn die Kinder zum Schluss einem einen High Five geben und man so die Rückmeldung bekommt, dass es den Kindern Spaß gemacht hat und sie auch das Thema verstanden haben. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, da man an unterschiedlichen Projekten selbstständig arbeiten kann und man aus der Entwicklung Produktionsaufträge bekommt, die man dann auch anfertigt und dass die Ausbilder und die Mitarbeiter im Unternehmen einen jederzeit unterstützen.